wir fangen an die gönner die sorten auszuprobieren mit welchen fangen wir zuerst an leute schießt los machen wir mit white peach zuerst mit oder mit hier sweet lemon oder john berry jam geschmack lila ich habe überlegt das würde ich zum schluss machen das white peach ich bin ja so ein pfirsich fan pfirsich eisdee fan lila wir könnten lila anfangen kein problem so passt auf wir machen dazu und hier platz habe wir machen die erste dose auf und zwar fangen wir an mit wo mal kurz so john berry jam geschmack so hier kennt ihr ja vergesst das wasser zu trinken echt weil das zu süß ist oder was ich habe was auch hier am start see dog immer gespannt wir machen uns jetzt auf okay schon berry so ist es auch wir gießen es mal rein ihr lecker schmecker vorgleich soll nur so ein stückchen also riechen ja müssen süß auf jeden fall und schmeckst du alles nicht mehr so intensiv okay ich probiere mal ein stück schon jetzt hier okay es ist kalt ja ja klar es ist kalt so musst du schon trinken anderer geschmack wirklich die die bilden okay geht man trinkt auch kein wein aus einem bierglas also es geht man schmeckt die beere bisschen raus ich probiere noch mal aus der dose hatten leichten nachgeschmack man schmeckt die beere raus ja aber ich werde die noten so nach und nach geben das heißt von 1 bis 6 das würde ich jetzt weiß ich nicht gruppe 4 würde ich sie geben hier vier minus ich tue jetzt weg jetzt probieren wir das grüne hier aus und zwar street lemon geschmack so machen wir jetzt hier als im er auf und zwar hier so und zwar boah geil genau wenn es keiner macht dann mache ich es mein gott so so kommt hier der asmr öffner klack okay erstmal auf dem glas und dann wieder auf der dose so wir wollen ja auch genau die die bilden wollen ja sehen wie es aussieht sweet lemon ok lass uns kicke sieht aus wie bitterlemon so ein bisschen ne kenne ich von der arbeit her guck mal also es ist ehrlich nicht so süß wie die alten sorten finde ich oder es geht es geht mit einem whisky test testing glas das nächste mal ja wäre eine gute idee mit wodka oder so ne ich muss sagen das schmeckt besser wie das gröner die das die mit der beere jetzt probieren wir mal aus der dose leute mal gucken also schmeckt auf jeden fall anders vom glas als von der dose bisschen ne also ich sage mal hier vier bis vier minus finde ich das würde ich so ne drei geben es geht also kann man kann man trinken wenn es schön kalt ist ne das rote schmeckt wie red bull zero immer noch am besten und fünf mit ist mir zu viel cobrach an 92 guten abend okay ich sage ja das ist hat mir jetzt nicht so gefallen dass das wieder sei ich ganz ehrlich also das war schon ein bisschen besser aber man merkt die konsistenz und die geschmack auch der abgang ist anders als die allererste gröner die sorten die fand ich viel zu süß ne so jetzt probieren wir mal mein favorit denke ich mal hoffe ich zumindest vielleicht holt das alles wieder raus und zwar white peach ne für sich weil ich bin auch so gerne eistee fan ich trinke auch gerne eistee für sich ab und zu mal mal gucken wir machen mal auf so erst mal im glas guckst du nur ein stückchen mehr nicht so sieht so ein bisschen aus wie fanta ne guck doch mal bin ich mal gespannt riecht schon nach Pfirsich ja ja das ist deutlich besser finde ich doch genau so jetzt rüber in der von der dose mal aus boah geil boah geil genau cobrach an das geht ja das kann man trinken also ich finde das gebe ich locker eine 2 plus bis eine 1 minus also locker 2 locker 2 bis 1 das steckt von allen 3 das ist für mich das geilste ne wenn das schön kalt ist ja ist okay das geht doch ist wirklich gut ja wirklich ist kein scherz das finde ich am besten das kann man ab und zu schön trinken nur das ding ist also ich persönlich mag die klassischen energy drinks also ohne bestimmten obst geschmack meine liebsten sind rockstar original red bull und so ja klar natürlich kann man ja auch ne geschmeckt das sind ja auch verschiedene ragnar ragnar donna faust ne klar jeder hat so seinen geschmack ne viel trinken auch monster viel trinken äh es gibt ja so viele energy sorten ne aber ich bin ganz ehrlich ich trinke nicht jetzt so krass energies ab und an mal aber ich finde ähm habe ich ja schon im letzten video schon vor morgen erzählt wo wir die allerersten sorten probiert haben finde ich dass die einfach zu groß sind für 0,5 finde ich einfach zu groß ne zu viel also eher so 0,33 wäre so am besten diese kleinen dosen oder so ne aber passt auf wir machen jetzt erstmal so jetzt noch für den final act wir werden jetzt alle 3 sorten boah ähm im glas tun boah ich hab schon aufschluss alter und probieren alles auf einmal so erstmal das war jetzt hier sweet lemon dann nehmen wir white peach ne schlückchen und zum krönenden abgang john berry jam also das ist diese Beere so so du bist hartboni ja so wir ziehen es einfach mal auf x durch und dann hauen wir rein aufm guten auf euch cheers mate boah oh wei uah ist schon heavy bier schiss ne eigentlich nicht wuh okay so jetzt tue ich auf jeden fall jetzt gleich fort auf jeden fall monkey die guten abend hi hi grüß dich so ähm Fazit damit wir jetzt hier das auch langsam beenden ich finde das john berry jam kriegt auch von mir eine 4 minus 4 bis 4 minus ist von den 3 sorten das schlechteste ganz ehrlich ist nicht meins platz nummer 2 sweet lemon trägt von mir eine 3 3 minus kannst alles wieder auskippen ja ich tu die im kühlschrank kann ja nichts passieren das trägt eine halbe dose aber kleiner bruder alles easy und für mich die nummer 1 auf jeden fall white peach geschmack ne das ist ok das finde ich ne gute 2 1 plus 1 minus von allen 3 ist das beste also gewonnen hat auf jeden fall white peach für mich also was geht hm gut nur die harten kommen in den garten genau so ich muss langsam ins bett war lustig gute nachthunde und alle natürlich ey grüße gehen raus an ragnar donnerfaust dankeschön für deinen follower und alles drum und dran wir hören uns grüße gehen raus an ragnar donnerfaust peace so ihr lieben dann würde ich mal sagen das war's von dem ja tony uko probiert challenge das war's mit den gunnergy sorten hab sie jetzt probiert schreibt mir mal eure meinung in den kommentaren auf youtube wie euch diese gunnergy sorten die neuen sorten so gefallen haben ne könnt ihr mal auch paar noten abgeben was es so schmeckt von euch von 1 bis 6 oder je nachdem also ich fand es wie gesagt okay also ziemlich besser als die alten sorten aber für mich white peach für mich am besten kann man sich ab und zu mal geben so ne dose und dann ist auch genug ne ja das war's von den gunnergy video den neuesten gunnergy video was ihr auch dann auf youtube seht würde ich mal sagen so mondes anwälte rufen gleich bei dir durch wegen der note 4 genau ja dann würde ich mal sagen das war's jetzt für das youtube video kann man sagen lasst ein kommentar da ein däumchen da wie es euch gefallen hat und ja das ist einfach nur einfach mal so ein zusatz content stream für euch ja und das war's mit den gunnergy sorten grüße gehen raus an euch so dann dann den dann guck guck Bis zum nächsten Mal.